Eine Vision wird Wirklichkeit. Eine Reise in ein fernes Land. Eine Reise mit einer besonderen Botschaft im Gepäck. Diese Idee mit den Friedensbüchern, die kamen hier mitten in der Nacht. Und ich war so begeistert, es musste einfach ein Erfolg werden. Die Friedensbücher. Sie spiegeln Wünsche, Gedanken und Sehnsüchte der Menschen. Ich bin an die Öffentlichkeit gegangen und die Reaktion war überwägend. 12.000 Kilometer quer durch Europa und Asien. Begleiten Sie Mario Goldstein aus seiner abenteuerlichen Reise. Erleben Sie fremde Länder, einzigartige Menschen und atemberaubende Landschaften. Die ganze Reise war eine Fahrt ins Ungewisse. Der Iran, Pakistan lagen auf unserer Strecke und wir wussten nicht mehr, ob das Treffen mit dem Dalai Lama überhaupt klappt. 94 Tage voller Anstrengung und Erwartung werden belohnt. Ich war überwältigt. Die Anstrengung, die Zweifel, die ich hatte, alles fiel von mir ab. Und aus heutiger Sicht würde ich es jederzeit wieder tun. Das war ein absolutes Erlebnis. Ab Oktober auf DVD erhältlich.